Hi, servus, schön, dass du wieder dabei bist zu einem neuen Impuls. Heute möchte ich mir das Thema Mission vornehmen, warum es für mich in meinem Leben wichtig ist, eine Mission zu haben und vor allem auch eine innere Mission. Also nicht so dieses, ja, ich möchte jetzt Menschen fotografieren und Unternehmerin sein, um viel Geld zu verdienen oder mir einen schönen Lifestyle zu verdienen, zu leben. Das darf man natürlich auch, ist ja nicht so, dass es auch ein Teil von mir ist, sondern diese tiefe innere Energie, die dir immer wieder dabei hilft, das zu tun, was wirklich auch Spaß macht, sprich immer wieder aufzustehen und loszugehen und zu sagen, okay, das ist mein innerer Treib, das ist die innere Energie, die mich dahin bringt, wo ich bin, wo ich sein möchte, wo ich, ja, wo ich ich bin, ich selbst bin. Und vielleicht erzähle ich da ganz kurz mal so ein bisschen eine Geschichte zu mir, also wie vielleicht der ein oder andere auch weiß. Meine Mama ist jetzt vor sechs Jahren gestorben. Meine Mama war Heilpraktikerin und hatte Krebs. Und was ich als Geschenk natürlich für mich gesehen habe, war damals, Marina, egal wie viel du weißt, egal wie viel du Menschen helfen kannst, achte darauf, dass du immer dir selbst hilfst, bevor du anderen hilfst. Weil das war irgendwie so diese Message, die ich damals eben, wo meine Mama von uns gegangen ist, mitgenommen habe, dass sie zwar ganz vielen Menschen geholfen hat, gesund zu werden, Kinder zu kriegen, ihre Themen aufzulösen, und zum Schluss hat sie sich irgendwie selbst nicht mehr helfen können, weil sie auch nicht mehr diese Energie für sich hatte und das Vertrauen und das Bewusstsein, ihren Weg jetzt weiterzugehen. Sie hat sich dem hingegeben und das war für mich auch völlig in Ordnung, weil ich auch irgendwie gespürt habe, okay, was in dem Moment Hingabe bedeutet, wirklich einfach das Leben geschehen zu lassen und jetzt da gar nicht mehr so viel irgendwie zu tun oder zu versuchen, sondern dann einfach den Weg zu wählen, den sie in diesem Moment dann richtig für sich gesehen hat. Und der war zum Schluss dann einfach so, okay, ich gebe mich dem jetzt hin und lasse meine Familie zurück und entscheide mich jetzt, in einen oder anderen Raum zu gehen. Und damals war es so, dass ich schon immer als 20-Jährige oder generell, ich habe ja von meiner Mama, war ich ja damals in der Schule, wenn es mir nicht gut ging, dann war ich bei einer Kindesologin und die hat mich geklopft und ich liebe, ich hoffe, ich glaube, ich schaffe das. Und irgendwie habe ich danach dann auch immer bessere Noten geschrieben. Danke, Mama. Also diese ganzen Klopftechniken, EFT, was ist, also ich wusste nie, dass es EFT heißt. Ich habe dann nur gesehen, wie es andere Leute umsetzen. Und ja, das habe ich irgendwie auch schon mit, weiß ich nicht, 12, 13, 14, 15 immer gelernt, wo man dann immer schön zum Entblockieren hieß das da immer. Wir fahren zum Entblockieren, um die Blockade zu lösen. Und bin sozusagen schon immer ein bisschen in diese, ja, in diese Welt eingetaucht, von den Dingen, mit Dingen zu beschäftigen, die man nicht so sehen kann. Und bevor meine Mama gegangen ist, habe ich dann zu ihr gesagt, weißt du, Mama, wir werden uns eh später dann wieder treffen. Das war für mich so, wie so eine Gewissheit. Ich wusste das irgendwie schon so. Und auch wenn man es nicht sehen kann, also wenn andere Menschen das jetzt auch nicht wirklich wahrnehmen können, es gibt Momente, da habe ich sehr viel Kontakt mit meiner Mama, von der Energie her. Manchmal gibt es Momente, da ist sie jetzt vielleicht nicht so präsent, aber sie ist schon mit ihrer Energie, dieser feinstoffliche Körper von ihr ist schon sehr präsent. Und diese Blickrichtung, diese Art und Weise hat mich immer wieder dazu gebracht, mich einfach mit Dingen zu beschäftigen. Ja, und ich habe mittlerweile, es ist einfach so, dass ich, warum ich jetzt gerade so, ich spüre hin und wieder einfach sehr stark bestimmte Energien, die zu mir kommen, wenn ich was ausspreche, gehe ich das ja in Resonanz und merke, okay, Marina, das ist genau der richtige Weg jetzt für dich. Und was das mit der Mission, mit der inneren Mission zu tun hat, ist, dass ich dann nicht immer auf dem Weg war, mich, mein Selbst besser kennen zu lernen. Und diese Stimme, die dann gesagt hat, ja, Marina, geh auf das Seminar und geh zu dem Workshop und geh zu dem Geistheilungsseminar, Fortbildung, was auch immer. Ich habe es ja auch immer von der Mama schon gesehen. Meine Mama war früher immer, jedes zweite, dritte Wochenende, immer auf Fortbildung und Weiterbildungen. Und deswegen ist es für mich ganz normal, mich immer wieder mit anderen Menschen auch zu connecten. Und egal, wo ich bin, Menschen dann anzuziehen. Und das ist sehr, sehr interessant, weil ich habe Mitte September, also klar, ich spüre es schon immer irgendwie so was, dass da in mir etwas ist, was ich in Menschen öffnen kann. Also Vertrauen und einfach auch so diese Freude und diese Lebendigkeit, diese Leichtigkeit. Das habe ich aber nie so wahrhaftig für mich erkannt. Das heißt, ich wusste zwar irgendwie, dass ich etwas mache, dass ich etwas bewege in den Menschen, aber jetzt nie so wirklich, dass ich das sehe, in mir sehe. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja oftmals so, dass viele Menschen Potenzial in sich tragen und es überhaupt nicht sehen, weil sie irgendwie den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Dinge abzuarbeiten. Und das ist echt interessant gewesen, weil ich hatte vor ein, zwei Monaten, war ich auf einem Seminar, Lesen im Bewusstseinsfeld, und da hatte ich eine Begegnung mit meinem Gefühl, mit meinem Gespür, mit meinen inneren Anteilen, das sich so angefühlt hat, als würde ein Sternenlicht wie ein Komet hier auf die Erde einschießen und direkt in meinem Körper sich öffnen. Und wenn ich darüber rede, dann kommt diese Energie so in mir, die sich so aufbaut und so nach außen gehen möchte und ich sie auch nicht davon abhalten möchte. Das ist so, mein ganzer Körper geht in Ganzkörper Gänsehaut und das über eine längere Zeit teilweise immer wieder. So, wie es würde ich, manchmal ist es auch so, ich höre eine Musik und das ist dann wie so, als würde diese Gänsehaut sich von oben nach unten, wie so eine Musik auf- und abgleiten und das ist manchmal echt crazy, sehr, sehr crazy, wenn du dann einfach spürst, diese Energiewellen, die durch deinen Körper gehen, weil du so offen bist für das, was um dich gerade so entsteht und gerade ist es sehr, sehr krass. Das ist sehr interessant und mit diesem Gefühl und mit diesem Gespür bekomme ich immer ziemlich schnell Impulse, was jetzt richtig ist für mich und was jetzt vielleicht gerade nicht der Weg ist, den ich jetzt gehen sollte und natürlich auch für andere Menschen, wobei ich nicht in die Fußstapfen meiner Mama treten möchte und irgendwie derjenige sein möchte, der den anderen irgendwie die ganzen Fragen beantwortet, sondern ich möchte die Menschen dahin bringen, dass sie selbst auch so etwas in das Ich erkennen, dass sie selbst auch für sich so etwas spüren. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, und deswegen bin ich wahrscheinlich auch hier in dieser Region inkarniert, da wo viel Krieg geherrscht hat, meine Oma, ich lebe mit meiner Oma im Haus, meine Oma hat damals in Dachau ja die ganzen, die ganzen Züge als Meyers Kind durchziehen sehen, die war direkt eigentlich ziemlich nah am Kanzett und ja, das ist natürlich, da bin ich mit einer Oma oder mit meiner Oma im Haus und darf einfach spüren und erkennen, was meine Oma jetzt braucht, um einfach auch verstanden zu werden. Das heißt, je mehr ich mich selbst verstehe, warum ich da bin, wo ich herkomme, desto besser verstehe ich auch andere, andere Menschen und kann auch sie einfach auch zugehen und versuche dann auch nicht mehr so mit dem Ego in Kontakt zu gehen, das sich persönlich angegriffen fühlt, für das, dass meine Oma vielleicht jetzt auch mal irgendwie knatschig ist oder auch mal vielleicht auch mal grantig ist, so wie ich auch und ich dann vielleicht nicht in ihre Energie reingehe, sondern einfach sage, hey Oma, was ist denn jetzt los und ja, ich kann es verstehen, aber ganz genau nachspüren kann ich es jetzt auch nicht, weil ich bin jetzt auch noch nicht so lang da und habe einfach auch eine bestimmte Aufgabe, die ich hier erledigen darf und das ist definitiv das Licht und den Frieden einfach in die Menschen zu bringen und das kann ich am besten, wenn ich selbst in mir das lebe und dadurch, dass ich diese innere Mission oder einfach diese, diese Größe in mir erkannt habe und entdeckt habe, wo ich denn auch herkomme, von irgendeinem Sterneplaneten, da schön inkarniert bin, von dieser Energie und die darf jetzt hier einfach schöne Dinge auf die Erde bringen und das Ding ist halt so, da können jetzt noch so viele Menschen drüber lachen, das Ding ist halt einfach so, mein Anspruch ist es, leicht, freudig und gesund hier auf dieser Erde zu sein, mit meinem Körper zusammen, weil das Ding ist, irgendwann darf ich eh wieder Abschied nehmen von diesem Körper und dann heißt es halt, ja, die Marina damals, die hat halt ein bisschen umeinander verrückt, gecrazyt und hat gedacht, sie kann das Licht und den Frieden auf die Erde bringen, denke ich mir, ja, schön, so würde ich es gern wollen, dass die Menschen über mich so denken und das Ding ist halt auch so, ja, um das tun zu können oder um das sein zu können, ist es einfach auch wichtig, andere Sachen dann wirklich von meinem Leben entfernt zu halten, heißt Menschen, die, ja, die vielleicht noch nicht auf dieser Entwicklungsebene sind, wie ich es jetzt vielleicht einfach auch bin und das jetzt gar nicht böse zu meinen, aber das Ding ist halt einfach so, ja, man darf da auch auf sich selbst schauen und man darf da einfach auch sein, so wie es einfach sich gerade anfühlt und je mehr ich natürlich auch in dieses Stimmigkeitsgefühl gehe und mir denke, okay, das fühlt sich jetzt gut an für mich, das fühlt sich jetzt nicht so gut an, danach zu entscheiden, ist auch oftmals auch nicht so, ja, es ist schon einfach, nur natürlich dabei zu wissen, dass man vielleicht jetzt einen Menschen irgendwie verletzt, weil man sich da ein bisschen davon, distanziert, der das dann halt in dem, dem Segment vielleicht auch für persönlich nimmt, dass ich jetzt ihn nicht mehr mag oder so, das stimmt ja nicht, weil ich da einfach immer mehr versuche, bei mir zu sein, bei mir zu bleiben und mir einfach das beste und schönste Leben zu kreieren hier und wenn andere das für nicht richtig sehen, dann ist das für mich natürlich auch in Ordnung, wenn sie dafür andere Sachen machen möchten, das ist doch völlig in Ordnung so. Ich habe für mich einfach erkannt, wie ich es gern haben möchte und somit gehe ich auch und ja, deswegen ist das so meine innere Mission, die ich in mir erkannt habe und es ist sehr, sehr schön, mit ihr zu leben und deswegen kann ich dir eigentlich auch nur empfehlen, dass du vielleicht mehr und mehr dich mit dir selbst beschäftigst, dich auf diesen Weg gehst, dich inspirieren lässt von mir und vielleicht auch mal sowas in dir selbst zu erkennen. Genau, deswegen vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast und ja, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, wenn du sagst, hey cool, das inspiriert mich so sehr, ich möchte auch diesen Weg gehen, den zu mir zu finden, dann sag mir doch gerne Bescheid, melde dich bei mir, ich werde dir unten ein etwas verlinken, wo du etwas, ja, ein Kennenlernen, ein kleines Gespräch, ein kleines Gespräch mit mir buchen kannst und dann können wir ja mal schauen, was für dich da möglich ist. Also, ich wünsche dir was und freue mich bis zum nächsten Video.